Herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, E-Autos gehen immer kaputt, kosten viel Geld, wenn sie kaputt gehen, brennen auch manchmal und so weiter. Tatsächlich passiert manchmal wirklich was mit einem E-Auto und ihr seht, da hinten steht schon mal nicht meines, sondern das ist das vom Thomas. Und der Thomas hat, sage ich jetzt mal, so ein bisschen den Super-GAU des E-Auto-Fahrers erlebt. Ein kaputter Akku, eine kleine Odyssee mit Tesla und die Frage, wer übernimmt die Kosten, darum geht es in diesem Video. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal zu ihm rein und dann höre ich mir die Geschichte mal an. Ja, und hier ist der Thomas. Hallo, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Du hast den Super-GAU mit dem Akku gehabt. Erzähl doch mal kurz die Geschichte, wie kam es denn dazu? Wir hatten einen wunderschönen Sommertag im Prinzip und ich war mit meiner Frau, die mit diesem Auto unterwegs war, ich war mit einem anderen unterwegs, bei Freunden verabredet, die haben ein schönes Badegrundstück. Und es war nicht ganz klar, wo da die Einfahrt ist und wie es dann so ist. Man ist im Stress und da ist es mal vorbeigefahren. Also wo wendet man? War ein schönes, großes Wiesengrundstück, schön gemäht, relativ kurze Wiese. Es war trocken, es hat seit Tagen nicht geregnet. Keine Sorge, dass man da irgendwie einsinken könnte. Im großen Wendekreis einmal drum gefahren. Über die Wiese. Und plötzlich gab es dann ein sehr, sehr unschönes Geräusch vom Fahrzeugunterboden. Ah, ja. Und dann war die Messe auch schon gelesen, weil das Auto eben noch auf einen Findling aufgefahren ist, der relativ flach war, sehr breit, aber flach, in dem Gras nicht so richtig zu sehen. Okay. Und naja, was drauf ist, muss auch wieder runter. Das heißt, mit der runter-Rückwärts-Bewegung ging das Ganze dann nochmal in die andere Richtung. Also es war einfach ein schöner Stein, der unter dem Tesla am Schluss war. Genau, ja. Kommt mir ja ein bisschen bekannt vor. Ich hatte ja mal so eine ähnliche Geschichte auch mit dem Findling. Wenn ich euch das hier nochmal einblenden darf oder hier, ich weiß es mal nicht auf welcher Seite, dann schaut es euch gerne mal an. Bei mir war das so, dass ich das Glück hatte, dass es nur die Seiten waren und so weiter. Aber bei euch war es eben auch unten, da wo der Akku ist. Genau, meine Frau ist den Tesla dann zurückgefahren und initial ging es gut. Man konnte ihn starten, es hat keine Fehlermeldungen angezeigt, alles in Ordnung. Aber nach 200 Metern hat man gesehen, er zieht eine Spur hinter sich her. Okay, Flüssigkeit. Flüssigkeit, so viele gibt es da nicht beim E-Auto. Und dann kam die Anzeige, dass der Kühlmittelstand niedrig sei. Das Auto würde fahrtüchtig sein, man dürfe weiterfahren und die Geschwindigkeit sei begrenzt auf 100 kmh. Okay. Das Ganze ging noch, naja, 10 Minuten, gut. Und plötzlich alarmiert mich meine Frau übers Telefon und sagt, das Auto ist alles aus. Okay, Display war schwarz. Habe ich im Moment nicht ganz verstanden, weil ich habe sie im Rückspiegel gesehen. Das Auto ist gefahren, es hatte Scheinwerfer an, es hat den Blinker gesetzt, wo es denn sein soll. Aber sie hat keinerlei Feedback mehr gekriegt, weil eben Display aus, diese akustischen Hinweise, wie der Blinker an ist, alles aus. Dann haben wir uns entschieden, gut, ich glaube, das Auto möchte uns sagen, es will nicht mehr. Und wir stellen es ab. Okay, also vielleicht an der Stelle ein kleines Zwischenlearning für die Zuschauer. Es kann also passieren, dass plötzlich der Bildschirm ausgeht und es sozusagen damit ausdrückt, man soll es jetzt abstellen. Genau, also es gab keine Warnung, Achtung, bitte jetzt Fahrzeug abstellen, wo es sicher ist oder irgendwas. Sondern es ist ein bisschen beängstigend, wenn dann wirklich ganz dunkel ist. Ich meine, das Display ist die einzige Lichtquelle im Auto. Also man hat keinen Tacho mehr, man hat kein Feedback mehr, ob es blinkt oder nicht. Also du hattest jetzt ein kaputtes Auto und es war jetzt auch klar, dass es kaputt ist und man soll es nicht mehr fahren. Jetzt ist natürlich bei einem Tesla immer die Frage, was mache ich damit, wie komme ich da wohin jetzt, wenn ich das mal einfügen darf. Wir wohnen hier beide am Bodensee, das heißt, wir haben ein spezielles Problem, was andere nicht haben. Unsere nächstgelegenen Service-Center sind in der Schweiz. Das hat natürlich große Schwierigkeiten, Verzollungen und man kriegt keinen Ersatzwagen und alles Mögliche. Insofern hast du wahrscheinlich was anderes gemacht, als an der Schweiz sich zu reintragen. Ja genau, das war natürlich, wenn die Tesla-App den Standort ermittelt, schlägt sie das nächste Service-Center vor. Das wäre eben von uns aus gar nicht sehr weit, aber eben auf Schweizer Seite. Und da wir ja schon davon ausgingen, das wird ein Versicherungsschaden und wahrscheinlich kein billiger. Wie gesagt, die Versicherung wird uns nicht loben dafür, dass wir es irgendwie ins Ausland schleppen. Von daher erster Kontakt, ja, zu Tesla, aber auch die Information von Tesla, die am Wochenende nur auf Englisch zu erreichen war, ging gut, kein Problem. Die ist sehr nett, sehr kompetent, konnten uns aber auch nur sagen, dass sie unser Fahrzeug nicht mehr kontaktieren können, dass keine Verbindung mehr da ist und dass die letzte Information, die sie haben aus dem Log-File, ist, dass das Fahrzeug in den sogenannten Limp-Mode geht. Das heißt wohl dieser reduzierte Betrieb mit maximal 100 kmh. Vielleicht können wir uns mal ein paar Bilder anschauen, wie das ausgesehen hat, das Auto. Ah, okay, schon auch am Stoßfänger-Schäden. Genau, da hat man doch gesehen, dass vorne dieser Stein so ein bisschen Kontakt hatte. Man hat gesehen eben vor der Bodenplatte von der Batterie, dass man doch eine relativ große Delle hat. Man hat gesehen, es hängen Tropfen am Boden. Man hat eine kleine Pfütze gesehen und man hat, und das tat mir tatsächlich in dem Moment mehr weh als diese große Delle, eine ganz kleine im Bereich von dieser Bodenplatte gesehen, was ja die Batterie im Prinzip ist. Und Karosserie sonst? Ja, halt an der Seite der Schwelle auf der Fahrerseite, das ist diese schwarze, was man da sieht, doch sehr stark mit Leidenschaft gezogen, verkratzt. Alles stabil, nichts, wo man das Gefühl hat, es fällt ab. Aber das Fahrzeug war halt auch gerade mal ein halbes Jahr alt in dem Moment. Okay. Das tat weh. Du hast gerade ein Bild gezeigt, wie er dann transportiert wird. Ich würde sagen, die Geschichte mit dem Transport, die kürzt man ein bisschen ab. Vielleicht als kleiner Hinweis, wenn man bei einem der größten Automobilclubs ist, dann lohnt sich in dem Fall die Premium Supergold-Platten-Mitgliedschaft, weil man sonst nicht weiter als 20 Kilometer vom Unfallort wegkommt. Abgeschleppt wird, genau. Und das ist jetzt für Tesla-Fahrer meistens zu wenig. So ist es. Du hast dann aber auch mit gutem Kontakt zu Tesla, muss man sagen? Muss man sagen. Also der Kontakt mit dem Service Center über App dann hat tatsächlich extrem gut funktioniert. Ich kommuniziere nur über die App, aber bei jeder Rückfrage unsererseits kam ein Anruf, kam eine sofortige Antwort. Also das muss man sagen, lief sehr, sehr gut. Und ihr habt vermutlich auch der Besicherung relativ bald gemeldet, wie man das machen muss. Weil es ist ja schon klar, das ist ein Vollkasko-Schaden und der wird eher teuer. Die haben auch gesagt, ihr könnt es nach Freiburg da hinbringen. Ja, genau. Das war die Frage, holt euch euren Kostenvoranschlag, reicht den ein, das übliche Prozedere. Und den haben die dann in Freiburg auch falsch gemacht? Den haben die gemacht. Das ging auch zügig tatsächlich. Was stand da drauf? Ja, die Summe, die sie mal veranschlagt hatten, waren 13.000 Ungrad. Allein 10.000 davon der Akku. Bei der Versicherungssumme oder bei dem Schaden schaltet sich ein Gutachter ein. So auch bei uns hat es ein bisschen gedauert, weil der ein paar Tage gebraucht hat, bis er da war. In der Zeit ging es natürlich nicht weiter mit dem Reparaturprozess. Der hat es sich auch nochmal angeschaut, hat diese Summe sozusagen bestätigt. Die haben dann diesen Schaden repariert. Das hat bestimmt sehr, sehr lange gedauert, bis da eine Batterie da war, oder? Genau, Teilemangel und allem. Und was man uns gesagt hat, einen Monat wird es schon dauern, bis dieser Akku da ist. Als dann die Freigabe unsererseits kam, die Freigabe von der Versicherung, ihr dürft ihn bestellen, war die Frage nochmal, wie lange dauert es? Meldet euch in drei Tagen nochmal, dann können wir es euch sagen. In drei Tagen wieder über die App alles gemeldet. Dann kam die Rückmeldung, ja, der ist schon da. Ja, aber Entschuldigung, wir haben ihn noch nicht eingebaut. Ja, das stimmt natürlich gut. Also positiv überrascht, dass es in dem Fall doch wirklich schnell ging. Und nach drei Tagen weiter war er eingebaut. Das heißt, wann war der Unfall, wann war das Auto wieder fahrtüchtig? War es letzte Sommer, Ferienwochenende hier in Baden-Württemberg, also am 8. September 23 ist der Unfall gewesen. Fahrbereit tatsächlich, eben Gutachten, Versicherungsfreigabe, das hat es am meisten verzögert, war er dann wieder Ende Oktober, also sechs Wochen ungefähr. Aber er war noch nicht ganz fertig. Genau, jetzt haben wir natürlich die Schönheitspflege noch, dieser kaputte Schweller an der Frontscherze und alles. Das haben wir nicht gemacht im Falle. Das ist das, was ich am Anfang nicht wusste. Ich wusste, klar, Tesla Service Center, da bringe ich ihn hin, ist vielleicht nicht in der Nähe, aber Tesla Service Center kann alles. Und dann kam da die Aufklärung, nein, wir machen die Technik und alles, was drumherum ist, Karosserie, muss ans Tesla Approved Body Shop. Heißt, wir brauchen einen Zweittermin, irgendwo anders. Aber das Auto konnte wenigstens wieder fahren? Das Auto konnte fahren, wir konnten es einsetzen, das waren in dem Fall die kosmetischen Schäden. Okay, und dann wart ihr bei Stegmann, die ihr ja auch aus meinen Videos kennt? Die Annahme, das ging zügig, vorbeigefahren, das Auto begutachtet und nochmal einen neuen Kostenvoranschlag natürlich geholt. Und dann doch ein bisschen Bauchweh gehabt, weil natürlich die zusätzlichen Kosten vom Body Shop zu dem, was ja schon ausgegeben war, das überstiegen haben, was der Gutachter begutachtet hat. Der Gutachter hat nämlich mit einem Stundensatz, haltet euch fest, gerechnet von? 90 Euro. Ja, also mit 90 erreicht ein wenig. Wie hoch ist er bei Tesla? Ich meine, bei Tesla waren es um die 140 Euro. Ich meine, bei der Firma Stegmann, ich mag niemandem falsch sagen, um die 180. Könnte sein. Das heißt natürlich, da ist eine ordentliche Unterdeckung. Und dann die Firma Stegmann hat sich tatsächlich selbst an die Versicherung gewendet, das hat ein bisschen gebraucht. Ich glaube, das Thema E-Autos ist bei der Versicherung noch so ein bisschen was, ein heißes Eisen, man ist es nicht gewohnt, es braucht ein bisschen Zeit. Auf mehrfaches Nachfragen wurde es dann aber freigegeben und auch der Schaden ist behoben mittlerweile. Da war ich, vielleicht würde ich das überraschen, zeige ich dir jetzt mal gleich die Bilder, nämlich sogar schon da. Ich habe dein Auto früher gesehen als du, ja, ich bin sogar schon drunter durchgelaufen. Ich zeige euch mal kurz, wie ich den Dennis mit deinem Auto besucht habe. Und ich bin jetzt beim Dennis, bei Stegmann. Hallo. Und das Tolle ist, ich darf noch vor dem Besitzer das Auto anschauen. Was macht ihr gerade im Moment? Also aktuell sind wir noch an der Stoßstange-Reparatur dran. Da war ja noch ein bisschen mehr kaputt wie nur der Akku, sondern wir haben auch die Stoßstange noch zur Reparatur, beziehungsweise die Blende des Seitenschellers links. Und dafür ist das Auto heute und morgen da. Den Akku habt ihr gar nicht repariert, gell? Nein. Und, aber Tesla hat den auch nicht repariert, sondern was haben die gemacht? Ausgetauscht, genau. Es gab ein neues Baustein. Okay. Wird das automatisch gemacht? Man liest ja immer diese Sachen, so irgendwie kleine Kratzer im Akku, muss man sofort neu machen oder so? Das hast du schon richtig gelesen. Es gibt bei vielen solche Vorgaben, wo ich mich manchmal selber erschrecke. Bei Tesla ist es allerdings nicht so. Okay. Wenn ihr wollt, nehme ich mal ganz kurz mit unter das Auto, ich erkläre euch ein bisschen was zu tun. Bei Tesla gibt es verschiedene Zonen, sagen wir so, Beschädigungszonen. Bei dem Akku habt ihr sicherlich schon alles gesehen. Mal ein bisschen mehr kaputt, ausgerissen. Darum natürlich ersetzen, beziehungsweise wir hätten hier eine größere Beschädigung in diesem Bereich. Tesla sagt, in dieser Akkuplatte hier darf ich eine Deformierung haben von bis zu 7 Millimeter und dann muss der Akku ersetzt werden. Alles, was unter diesen 7 Millimeter Deformierung, beziehungsweise Kratzer sind, darf repariert werden. Weil eigentlich der eigentliche Akku praktisch weit genug hinter dieser Platte ist, oder? Genau, ich denke, das haben die Techniker bei Tesla analysiert und wissen, okay, das passt. Dann haben wir natürlich verschiedene Zonen am Akku, das heißt, wir haben hier so eine vordere Platte, wir haben hier so diese seitlichen Schienen, wo das Fahrzeug jetzt auch hochgehoben ist, beziehungsweise wo ihr das Fahrzeug hier hochhebt, an den Wagenheberaufnahmen. Wenn die jetzt natürlich verkratzt sind, dafür sind sie da. Das sind ja diese Schutzschienen. Also es gibt die empfindliche Zone, das sind diese großen Seitenplatten hier. Und wenn die jetzt Deformierung sind, dann muss man schauen, wie tief und dann wird es jetzt. Eigentlich ist es so schlimm gar nicht mit so einem kaputten Akku oder mit so einem kaputten Akku. Wenn jetzt ein Verbrenner oder so ein Findling drüberfährt, ist das Risiko, dass viel kaputt geht, ist es da auch groß oder kann da auch so viel kaputt gehen? Ist ja die Frage, wo stoppt das Auto? Wenn ich über den Findling drüberfahre und habe nachher meine Ölwanne kaputt und fahre natürlich weiter, dann wird es teurer, wenn ich den Akku nur tausche. Ölwanne? Also du willst sagen, es gibt auch bei Verbrennern empfindliche Teile unten. So schaut es aus. Vielen Dank und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis bald. Ja, fand ich interessant, wusstest du wahrscheinlich auch nicht, dass es eine bestimmte Tiefe, einen Kratzer haben darf, damit gar nichts passiert. Aber offensichtlich war es in diesem Fall der Findling 6 mm zu hoch und dadurch musste dann der Akku getauscht werden, was auch immer damit dann am Ende passiert. Ist das teuerste Bauteil. Und ich meine, man hat es gezahlt oder die Versicherung am Ende zahlt es und ist natürlich die Frage wahr, der jetzt so kaputt, dass er nicht nochmal irgendwo in den Second Life eingesetzt wird. Es kann eine Versicherung nicht sagen, wir verkaufen diesen Akku, um nachher irgendwie die Schadenssummen zu drücken, weil je mehr E-Autos wir haben, desto mehr wird sowas natürlich passieren. Es werden die Versicherungsbeiträge natürlich nicht günstiger werden, wenn das häufiger passiert. Naja gut, in der Summe hattest du dein Auto dann wann wieder? Fertig, komplett, mit allem drum und dran war es Ende Januar. Er war vier Tage bei der Firma Stegmann, also alles überschaubar, Ersatzwagen gehabt, also ich war nicht lahmgelegt. Hat die Versicherung alles übernommen am Ende? Die Versicherung hat alles übernommen. Inklusive auch den Transport. Ja, das hat alles funktioniert, Selbstbeteiligung klar, aber ansonsten hat das funktioniert, am Ende alles gut. Die Lektion kam ja im Prinzip am Ende. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es tatsächlich interessant. Nachdem das Fahrzeug auch bei der Firma Stegmann dann aufgeschlagen ist und sich das alle angeguckt hatten, kam so ein bisschen die Information, ja. Ich hätte mir diesen Umweg auch sparen können über das Abschleppen über ein ADAC, den Transport von hier nach Freiburg, was ja gut 120, 130 Kilometer sind. Und die Abrechnung mit Tesla, was ja auch noch ein Punkt ist, sondern es kann der Bodyshop selbst lösen. Das heißt, ich bringe ihn da hin, beziehungsweise lasse ihn von deren Fahrzeug- oder Rettungsflotte abholen, lasse ihn dort so weit versorgen, wie die es können. Alles, was sie nicht können, beziehungsweise dürfen. Der Akku ist natürlich so eine kritische Struktur, wo Tesla sagt, nein, das machen wir selbst. Sie hätten aber auch den Transport von ihrem Standort in Bad Dürrheim nach Freiburg selbst übernommen und auch wieder zurückgeholt. Das heißt, ich hätte am Ende nur einen Ansprechpartner gehabt, hätte mich nicht mit verschiedenen auseinandersetzen müssen. Und der große Knackpunkt, Tesla arbeitet nicht wie andere Werkstätten mit einer Abtretungserklärung. Das heißt, ich kann nicht sagen, holt euch bitte das Geld bei meiner Versicherung und ich bin fein raus, sondern die bitten den Kunden zur Kasse. Ja, es ist vorgeschossen. Und bei einem Akku ist das... Und wie viel war es am Ende, das ganze Paket? Also alles zusammen, was jetzt über die Versicherung lief, war ein Schaden von knapp 18.000 Euro. Und der Voranschlag waren 13.500 Euro. Und du hast in dem Bereich vorgeleistet. Genau. Also gut, das heißt, wir lernen tatsächlich, man hätte sich gleich an den Bodyshop wenden können. Das hätte natürlich die Versicherung wissen können und einem sagen können. Das hätte man in der App sehen können, die eigentlich genau dafür da ist. Sieht man aber nicht. Insofern, da gibt es noch ein bisschen Kommunikationsverbesserungsbedarf. Vielen Dank, dass du die Geschichte erzählt hast. Sehr gerne, ich hoffe, es nützt jemandem. Ihr wisst es jetzt. Kommentiert mal gerne unten, ob ihr das jetzt für ein typisches E-Auto-Problem haltet. Liked gerne dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Lisa Dad. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.